In der SPÖ fliegen jetzt auch für alle sichtbar die Fetzen. Wie berichtet, hat die burgenländische SPÖ von Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil eine Umfrage mit sich als Spitzenkandidaten lanciert und damit die voraussichtliche Kanzlerkandidatin und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner desavouiert. Der SPÖ-Burgenland-Umfrage zufolge würde die SPÖ mit Toskozil um fünf Punkte besser liegen als mit Rendi und locker über die 30-Prozent-Marke sprengen. In der Bundes-SPÖ kommt derlei gar nicht gut an. Auf Twitter entbrannte Donnerstagabend dann ein offener Streit zwischen dem Social-Media-Chef vom Dienst Thomas Wallach aus dem Team Rendi und dem Toskozil vertrauten und burgenländischen Landesparteimanager Roland Fürst. Wallach äzte in Richtung der Burgenländer. So so, die SPÖ-Burgenland rudert in der Krone schon wieder zurück, wollen keine Führungsdebatte anzetteln. Und jetzt zurück an die Arbeit, würde ich vorschlagen, das Land hat wirklich andere Probleme. Das ist Fürst nicht auf sich sitzen. Die SPÖ-Burgenland rudert nicht zurück, weil sie nicht vorwärts gerudert ist. Und danke für den Hinweis, dass es wirklich andere Probleme im Land gibt. Wir werden gleich morgen mit der Lösung der Probleme beginnen. Wie sehr Toskozils Vorschuss in der SPÖ Ärger auslöst, zeigt zudem ein Tweet in derselben Twitter-Unterhaltung. Der frühere oberösterreichische Landesparteichef Josef Ackerl attackiert Toskozil ganz offen. Ich halte eure Vorgangsweise für einen Skandal. Statt innerparteilich ordentlich mitzuwirken, bedient ihr den politischen Gegner. Die Bundespartei macht eine Veranstaltung in St. Pölten und ihr sucht euren Lustgewinn über die Gratis-Presse, spielt er auf einen Jubelartikel für Toskozil in einer österreichischen Tageszeitung an.